Lutz, stell dich mal vor, was machst du eigentlich? Gut, mein Name ist Lutz Siegert. Ich bin verantwortlich für den Vertrieb und für das Projektmanagement bei der Firma Trimble, ein Telematikanbieter und fühle mich verantwortlich für den deutschsprachigen Bereich. Und wir sind Kooperationspartner von euch. Ganz genau, also ihr habt ja auch Tablets, Endgeräte in den LKWs verbaut bei großen Kunden von uns, wo dann die Fahrer deren Unterweisungen machen können und eigene Schulungen. Wie läuft das eigentlich so bei euch? Ich denke, die Synergie zwischen uns beiden ist wirklich hervorragend, weil wir sind beide prozessorientiert. Ihr schult die Leute, was die Prozesse im LKW betrifft. Wir kreieren die Prozesse im LKW, das heißt diese B- und Entladevorgänge, nicht einfach nur zu sagen pauschal B- oder Entladen, sondern was macht der Fahrer eigentlich? Was für Keyzahlen brauche ich eigentlich aus dem LKW heraus? Und diese Synergie zwischen uns beiden, ihr erklärt den Leuten das im Online-Training, wir setzen das Ganze um im LKW, sodass der Fahrer wirklich am besten weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, das ergibt sich relativ gut zusammen.